Hallo zusammen, herzlich willkommen auf musikmachen.de. Jens Filser für euch hier mit der Washburn EA40SCE. Okay, Washburn hat uns hier eine Akustikgitarre zur Verfügung gestellt mit Fichtendecke, Ahornzargen, Ahornboden, sehr schön, sieht sehr klasse aus, eine geringe Zargentiefe und Cutaway, das deutet darauf hin, dass diese EA40 eine auf die Bühne gezielte Gitarre ist. Deswegen haben wir auch an Bord unser Fishman Pickup System, das alte zuverlässige mit den üblichen Einstellmöglichkeiten, mit Notchfiltern im Stimmgerät, alles was man braucht für eine bühnentaugliche Elektroakustikgitarre ist da. Ihr habt schon mal die Gitarre im Raum gehört, die ist wirklich vernünftig präsent, recht laut und ich werde ein bisschen für euch spielen, damit wir auch den verstärkten Sound über das Pickup System vernünftig beurteilen können. So, ich spiele ein paar Sachen mit Plektron für euch, jetzt nur mal über die Raum-Mikros. Und jetzt mal das eingebaute Fishman System. Ein paar Single-Note-Geschichten im Raum.